Peace Freunde, was geht's und willkommen zu diesem neuen Video. Mega, ich fang nochmal an. Peace Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Heute ist Freitag, es geht los, zwei Tage, Freitag und Samstag. Hotel ist gebucht, Auto steht bereit, schon alles eingeladen. Wie der Titel wahrscheinlich schon verrät, geht's aufs Crawl Salat Festival. Ich freue mich sehr, letztes Jahr war schon wirklich sehr, sehr cool. Wieder sehr viele coole Bands am Start und ich bin sehr gespannt, was alles passiert. Es sind ja wirklich sehr verrückte Zeiten, was den ganzen Vorverkauf angeht und die Planbarkeit von solchen Events. Und ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, ich würde sagen, wir tue es jetzt mal los nach Essen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Let's go. So, liebe Leute, Bisschen ist hier angekommen in Essen an der Weststadthalle. Freak Loadout, ich habe schon alles ausgeladen und reingebracht. Ja, das Hotel ist direkt nebendran, das heißt, ich werde es erst mal kurz einchecken. Und danach geht es ans Aufbauen. Schischofatzko. Check-in war schon mal erfolgreich. Jetzt geht es erst mal ans Aufbauen. Und dann schauen wir mal, was das heute wird. Ich habe Bock. Morgen war ich natürlich den Blatt zugegeben, aber langsam wandte sich ein gutes Gefühl an. Ich freue mich auf den Tag. Wir haben wieder schön viel Platz, so wie das sein muss. Los geht's. You are watching a master at work. Der Stand steht, wie man es sieht, und ja, wir haben jetzt schon 18 Uhr, das heißt, die Leute sind schon da, in wenigen Minuten fängt Malfoy die erste Band anzuspielen, vielleicht kann ich da mal kurz reinloopsen, dass das so abgeht, ich bin sehr gespannt auf die Bands heute Let's see So, liebe Leute, wir haben jetzt kurz nach elf oder so. Die letzte Band ist rum, bis gegen die Ende ist nochmal was gegangen. Was ziemlich cool ist, ein recht erfolgreicher Tag für die Anzahl der Leute, die da waren. Ich bin sehr gespannt auf morgen, geht früher los, längerer Tag, mehr Leute da. Wird glaub ich fett, ich hab Bock und abbauen müssen wir das glaub ich nicht. Und jetzt gibt's mein gemütlicher Beierabend. So, liebe Leute, wir haben jetzt Tag zwei. Es ist Samstag und jetzt erstmal was zu Frühstücken holen. Metal! So, liebe Leute, in wenige Minuten geht hier los. Bin gespannt, was heute passieren wird. Ich glaube, es wird erfolgreicher als gestern. Aber ja, schauen wir mal. Let's go! Bis zum nächsten Mal. 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 So liebe Leute, ja wir haben jetzt mittlerweile 17 Uhr, ich zeige jetzt einfach mal, und ja, die Hälfte der Bands ist jetzt gerade schon fast rum, kommen immer wieder mal Leute vorbei, macht Spaß, ist natürlich nicht so viel wie die letzten Jahre, aber sehr gute Stimmung, alle haben Bock, ich glaube es wird noch ein guter Tag heute, es ist alles gut. So liebe Leute, das ist alles gut. So liebe Leute, das ist alles gut. Das war so gemein heute. Das ist voll schön, ey. So, liebe Leute, ich habe mich leider die letzte Band verpasst. Aber ja, wir sind jetzt am Ende des heutigen Tages angekommen. War gegen Ende auf jeden Fall nochmal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden uns jetzt langsam ans Abbauen machen, sobald hier die letzten Menschen nochmal reingeschaut haben, was hier gibt. Kannst du da noch was sagen, Sir? Auf jeden Fall. Unterstützt den Udo, wenn du das könnt. Aber wenn du das nicht könnt, dann gibt dem Udo einfach nur eine Liebe und sagt ihm, dass er sein Gutes auch macht. Weil der Udo einfach ein ganz, ganz wunderbarer Abend. Hey, tschüss.